Hast du auch schwergestellt oder eine schwere Mission ausgesucht? Warte, dann ist der Anruhe bei dir. Ah, das ist der Anruhe. Okay, den kenn ich noch einigermaßen. Genau, hier sind aber draußen die Polizisten. Okay stimmt, da hinten rechts ist einer bei dem Hotdruck gestanden. Ja, und rechts daneben. Du hast die Aufnahme schon gestartet, nehm ich an, ja? Das nebenbei laufen, ja. Okay. Ähm, ich geh mal links dran vorbei und guck mal. Weil da kann man nur durch die Fenster gucken, ne? Ja. Okay. Coolerei, die hatte doch hier auch. Sicherheitsmann hinter dem, ähm, Gebäude. Ich komm hier schon direkt snacken. Ich mach den, mach den. Okay, mach den, mach den. Ja. Der ist am rumwirken da. Ja, ich hab ihn. Ja. Mein Schade. Äh, ich hab nur, äh, da war ein paar Haaregel. Ja. So, in dem Büro ist nur so eine Tante, die steht rechts direkt, äh, links direkt, wenn man reinkommt. Ja, ich hab die hier im Visier. Kann ich irgendwas mit der Alten machen dann selber jetzt? Ne, ne? Ne, ich glaub nicht, wir müssen halt gleich gucken, dass wir die alle da, ähm, bekriegen. Ich seh jetzt aber keine Kameras. Ist, ist, ist in dem Gebäude an und für sich keine Kamera, ne, ne? Ne, ist keiner. Siehst du denn aus, Marc? Wieso? Ich weiß nicht, irgendwie ist der Kopf total deformiert. Kann ja wohl sein. Okay, wie machen wir das, dann gehen wir jetzt vorne rum rein, oder was? Ich würd' sagen, einer bleibt jetzt, äh, da wo Fringe jetzt steht. In dem Raum da hinten, ist da jemand drinnen gewesen? Ja, in dem anderen ist da einer drinnen im anderen Büro. Okay, da die Maske aufziehen und die dann anschreien, dass sie sich auf den Boden legen sollen. War das noch mit F oder so? Ich hab das schon wieder raus. G aufsetzen und F schreien. Genau. Und dann Kabelbinder anlegen am besten. Ähm, zwei, glaub ich. Oder man hat nur zwei, ne? Genau. Rick und, äh, Edo, ihr geht beide dann vorne rein und macht das. Und ich kümmere mich um die Polizisten draußen. Okay. Aber hier ist noch ein Zivilist direkt vor der Tür, ne? Telefoniert gerade. Ja. Packst du dir die? Ich pack mir die. Aber im Bürgerstand ist ja auch einer. Da sind zwei, drei, die sind überall verteilt hier. Wenn einer schießt, dann sind die alle hier direkt. Aber der Einer geht halt nur vorne in den Raum rein. Und wir beide machen erstmal die Straße safe. Okay. Und gehen dann auch rein. Dann stell ich mich jetzt einfach gleich in der Mitte und brüll' ein bisschen rum. Genau. Ich brüll die hinten zusammen. Dann noch drei? Jo. Eins, zwei, drei. Okay, den draußen hab ich. Ist noch einer? Ich muss ja schießen. Da komm ich nicht hin. Ist doch. So, ich bring ihn jetzt rein. Fuck, die sind außerhalb der Map hier hinten. Ja, schieß die einfach. Ob das so gut ist? Ich hab meine auch erschossen. Okay. Das Problem ist nur, dass wir die nicht wegkriegen von der Straße, ne? Ja. Also schnell jetzt. Ihr müsst die drinnen öfter mal anschreien, ne? Ja, ja. Ja. Ich hatte da schon drauf die ganze Zeit. Ich renne immer durch die Gehen nebenbei. Geh, wo du willst. Okay. Secker am besten direkt ins Auto dann schauen. Wie kann ich den mal werfen überhaupt? Okay. Dann schmeiß ich jetzt die eine Tasche hier mal hin? Ich hab da auch eine. Ja, gib mir die mal her. Dann nehme ich die. Nice. Geil. War noch zweiter drin? Ja. Everybody don't move. Er ist auch richtig, wenn wir losheben. Ja. Jo. Guck mal, ob... Habt ihr hier hinten geguckt, ob da noch, ähm... Ob da noch ein Safe ist, den ihr aufbauen könnt? Ja, rechts war nix. Hab ich schon geguckt. Hier ist noch ne Tasche. Ich schmeiß hier vorne vor der Tür. Ja, Marc. Du kannst dich da hinten auch einfach feststellen und dann komm, ne? Ja, ich räume hier hinten. Ja, ich warte nicht hier. Ich hab hier hinten auch noch Klamotten. Marc, guck dir da hinten erstmal einen runter. Genau. Ich sitze einfach drauf in der Ecke und mach auch nichts. Du schreit die ganze Zeit einfach nur doof die Leute an. Ey, die Prada Tasche kann man nicht mitnehmen. Ich glaub, Prada auch oder so. Die Prado. Prado. Da liegen zwei Taschen rum, ne? Jo. So. Ja, ich hab hier hinten auch leer. Sollen wir die Shops nebenan auch noch machen? Gibt's keine, oder? Dann kommt man nicht rein. So. So. Das ist genug für Vlad. Aber noch mehr, wenn du brav fühlst. Bitteschön. So. Gibt's hier noch irgendwas schönes? Ja. Was ist das? Frucht ist halt möglich, ne? Keine Ahnung. So. 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 How are you going now? So. Ist immer da Dein, Bagdy. Du hast mal기가 raus ejemplo. Einblatt animales Ghana, Daniel. Naja, zumindest ich hatte ich habe zwei gebraucht dass man gesagt ich hätte nur zwei rick hat noch eins auf den fall wie benutze ich die überhaupt? einfach drangehen ne? auf F ja genau hingehen und F drücken ok nächstes mal ich würde gegen hinten Sprengbomben an ne? jo Stolperbieter das aber jetzt müssen wir auf die Zivilisten oh ich habe den Zivilisten gewischt habe ich gesehen der kam einfach nur von von das Bild geflogen der hat echt so eine schöne Kurve gedreht Leeroy Jenkins das war echt Leeroy hey wir haben eine Musikkiste? nein nein ich glaube wir haben keine Muni äh doch ich bin Muni mensch hier wenn du G gedrückt hältst ja ich stelle ja wohl ja ja genau ach ich liebe diese Musik dabei vielleicht soll ich dich nicht tun oh ich muss daran aufpassen dass ich nicht in den Arsch schieße auf wie du von meiner Flinte rennst ja das ist ich ach Entschuldige müssen wir mal umpositionieren hier ne ja auch ein bisschen behindert hier stimmt ja von hinten kommt die ganze Zeit nichts ne ne wenn knallt es da auch aber ja ich habe leider Gottes nur ein Fenster zugemacht auf der einen Seite oder ist ja egal so Transporter ist da also ich habe nur das Radspaket ich glaube ich habe nichts anderes haben wir noch irgendwas zu mitnehmen hier den einen Sack ne ok dann komm hinten raus ja das ist hinten raus rechte Fenster ist offen oh ist das eigene C4 oh ist gerade viel los wartet wartet noch hier in dem Zwischenraum ist der Rush vorbei jetzt oben rechts hieß es ja wenn es gerade Eingriff ist muss ich dann zurück jetzt sind wir zu schnell ran what the fuck up bro von hinten ist alles cool ne ja keine Lust ja Attacke au zum Wagen zum Wagen zum Wagen obola hier in den Kreiswand achso hier vorne dran oder? ah ok achso nice aber halten wir auf Stills hinkriegen ich meine ja das ist der perfekte Art von Merchandise nice work ich bekomme noch 41% abgezogen weil ich schon so oft gemacht habe stop ich bekomme noch 3.000 kriege ich nur 3.000 das sieht doch gut aus irgendwie was deine LV macht ah fuck nur ein LV ha Lightway Basic West Ballistic West hab ich gekriegt so ja aufs Server warten das muss ich nur achso ok und was ist das hier eigentlich? das habe ich auch noch nicht gedacht Karte ziehen kannst du eine Karte ziehen und dann kriegst du halt irgendwas dafür ne? genau kriegst du freigeschaltet die Sachen dass du dir kaufen kannst aha guck mal guck mal da hast du deinen Cash guck mal da hast du deinen Cash hey ich hab ein bisschen mehr bekommen haha ich schoote dreckiger Quansen haha ja da nix ja da ist aber noch ein ja da ist er komm ja da ging ja fix choose new contract ähm aber ein Tag ne? Bank heißt ähm nehmen wir einfach mal hart ich bin der Mastermind ich weiß nicht ich gelevelt könnt ihr jetzt noch die Klassen auswählen oder was? kann man immer noch ja ja du kannst unterschiedlich Sachen skillen wenn du auf Skills gehst dann hast du halt die vier Sachen oben wo du dann die Sachen hochleveln kannst was hat denn Kai jetzt? ich bin vollstrecker ok und was fehlt dann noch? ich hab nen Techniker ich bin jetzt hier mal ich skill mal hier die Kabelkacke mit ne? kann ich mehr Leute kabeln ah ok das Mastermind hast du dann Skills ne? ja sonst hab ich halt nen Medikit geht ich seh den hier wie viele so wenn man noch skillen kann wie viele achso bei Fertigkeitenpunkte verfügbar ist ja ausdauer ausdauer ok ähm ich sag Bescheid wenn ich fertig sei kannst du nicht weitermachen ich liest nur ich bin glattig ja ich auch mal was hamen wir hier so hart hart Maulcrasher ein Jubiläer hatten wir gerade schon auch wenn es der andere ist eventuell Was ist Maulcrasher Thomas? Einkaufszentrum Ist das cool oder? Viel ballern auf jeden Fall weil wir alles kurz und klein hauen müssen aber wir konnten auf jeden Fall die Polizei Nightclub? Das könnte man Stealth probieren Ok dann probieren wir das His party is over I want all his money for his treasure Oh accept Warum fliege ich jetzt mal wieder zurück in die Lobby? Achso da unten Was ist das denn für ne Disco scheiße? Verdammt ich hätte noch schlechte Musik kaufen sollen dann wäre nicht so viel los Ja das haben wir beim letzten Mal mitgemacht ne? Ja Oh Gott das ist auch nicht wirklich das geht ey Aber doch die Tanzfläche ist echt voll Ein bisschen doof gelaufen Jetzt muss halt einer dann stetig auf die Tanzfläche sein und aufpassen Wer ist denn hier unser großer Tänzer? Also bestimmt nicht dann vor Strecker ey Doch ich glaube das ist genau seine Aufgabe Auf jeden Fall Alter Wie kommen wir denn jetzt in dem scheiß Türsteher vorbei Beim letzten Mal haben wir den erschossen Naja wir sind hier durchs Fenster gegangen Wir drücken ihm einfach mal ne riesen Hoden ins Gesicht Echt Hoden Junge Was? Verpfanden den Hoden Ja wo ist denn hier? Da können sich jeder so viel quatschen kann Ja mach mal Probieren wir das mal durchs Fenster durch Hallo Party Hallo Party Wir haben Maske schon aufgesetzt Müssen wir allem Ok Ne nicht Anna Ok Ja mach ich noch nicht Uh Ich muss das Fenster aufmachen deswegen Das ist jetzt der Plan was wir machen Gehen wir rein und dann schreien wir direkt rum Ja warte mal ich gucken hier Soll ich vorne schreien und den Typen mal schießen? Das war auch knapp Da sind schon tausend Fragezeichen Du brauchst aber nur durchs Fenster gucken Ja jetzt war wegen mir Ich hab meine Waffe gesehen Ah gut Ja warte Soll ich da vielleicht mal reingehen eben Und kurz gucken hier Na mach mal Ich würd sagen gehen beide rein Weil einer muss auch nach oben Komm ich da überhaupt rein so? Ne ich komm da gar nicht rein so ne Ja stimmt die kann nicht springen Ja das ist ja quatsch Okay machen Ja Loffe bis Quatsch Dann Maske noch auf den Reiner Dann muss das schnell gehen Einer muss nach oben die Treppe hoch ne Ihr drei geht rein und ich bleib vorne Einer muss auf den Tanzfloor Dancefloor Ich renne auf den Tanzfloor durch Okay Du gehst rechts hoch Was? Ich bleib vorne Die anderen beiden müssen rein Hier Ihr müsst wahrscheinlich den Türsteher erschießen ne? Rick und Fringe Ja ich erschieß den Türsteher Und knebel vorne die beiden vorne Wie geil du bist jetzt einfach reingelaufen oder? Warte ich bin hinter dir Nein kommt Kommt noch hin zum Fenster Kommt hier hin Der Türsteher lässt euch nicht durch Der haut euch auf die Schnauze Alter total die Freizeitbanditen hier Ehrlich So was ist? Masken auf und rein Einer muss hoch Direkt rechts Direkt rechts Direkt rechts die Treppe hoch und schreien Okay Und knebeln wer einer Seite ist Eben bis dahinten ein Fenster Ich geh vorne Okay alles klar Auf die Plätze Und los Wenn nicht los All right guys There is the office Overlooking the club Türsteher ist da Hier sind auch noch welche Der schieß hier Ja schießen Hab ich schon hab ich schon Hab ich schon Hat da direkt ne Knarre gezogen der afghanische Russe hier Habt ihr alle? Ich glaube ich hab alle Draußen ist keiner Ja Okay ich wurde die Geisern rein Zwei Leute Ja hier draußen ist noch was mit Tante hier Schmeiß die Leiche eben um die Ecke Okay Draußen ist noch so ne alte Tante Ne Wo? Die ja aufm Balkon hier An der Theke Die ist zwar auf dem Boden hier Knäbeln wer? Nein Wo ist der? Wie die alte geknebelt? Voll Hast du den gekriegt? Ja Können los Kops wurden gerufen Kops wurden gerufen Kops wurden gerufen Ne echt? Ja Boah mach mal die Lalla hier aus Ich krieg Kopfschmerzen Ja geh zum DJ Okay Ja wo ist er? Ja die Bullerei kommt Gebe mit oder sofort Können wir mal gucken ob wir ne Keycard finden Ich schieß die Bullerei von oben direkt kaputt hier Irgendwo ne Keycard? Ne ich seh grad nix Müsste irgendwo aufm Boden liegen Ja ich bin grad draußen hier Also Ja Christoph leg du mal da draußen wenn sie geht Ansonsten kannst du mal hier hochkommen Ja Weil ich mach den Bohrer wieder klar Ja Wir brauchen auch nen Bohrer Auf jeden Fall Ich kann die Bohrer schneller klar machen ne? Ja ich Ich bleib dann hier unten Einer und Anderer muss runter So läuft wieder Wat? C Ne Missionsausfluss Was ist ne Schlüsselkarte? Ja wo ist das scheiß Ding denn? Ich hab die gefunden Achso das heißt hast du gefunden Ufff Wo kommt der hier hoch her ran? Was ist mit denen los? Die rennen hier die Die Mauer hoch Oh ein Zivilist ist in meine Bombeung gelaufen Ha Weil er dumm ist Ey ist mal ohne Spass ne? Die Sind hier mega Spider-Man mäßig unterwegs Da ist schon ein Swat da Die rennen hier die Hütter eingehoben Ey Ja klar Hauptsache die alte Tanzen auf dem Ding so rum Warte der Bohrer hat der Bohrer Ja ich mach schon Ich kann schneller warte Ich kann schneller warte Warte hast schon fast Ja Also hier vorne ist alles klar noch Da oben ist auch nix Ah Der Bohrer da hinten Kommst du da ran ja ne? Gott Selbstverständlich Selbstverständlich Wo schießen die denn hier? Runter du Hure Noch 74 Sekunden Runter Hallo Boah Alter was los da Ich bin fast tot Komm mal denn zu dir rüber ey Einmal nachher Runter an der Theke vorbei Da ist ne Tür Ja ich komm mal eben rüber hier Öh Oh ne hier war falsch Er braucht denn die Energie oder so? Oder ist die da in Ordnung? Aua Ah Hab doch jeder Etikett Kannste hier oben in den Raum reinlegen So Wo bist du denn da? Ich mach den Bohrer wieder klar hier oben Wo ist die unten durch oder? Um zu dir zu kommen Dann bleib mal irgendwo hier Kannst du mal bitte gucken dass die Das die unten nicht loslaufen Shit Blatt nach Stau Stau Einer muss bitte gucken dass die Gäse da unten nicht loslaufen Nein Ich bin schon dabei Ja ich bin schon dabei Einer ist offen hier Das ist nöge Einer ist offen hier Hier ist der Manager Ich hätte natürlich mal mein ähm Mein Dings auslegen können Mein Störsender. Keine Ahnung. Hier, wie ist denn das? Hier, ich will die Oberfläche. Ich leg das mal hier hin. Also, wie geht das denn? Da, hier. Oh, die Geiseln ab hier. Hier kaputt. Danke. Oh, und dann schreibt, ich könnte noch Geld nehmen. Dort kommt von vorne rein. Wow. Wtf. So, wo war das, Mad Kid? Ähm. Da oben, ne? Ja, alles klar. Sehr schön. Nee, ist nicht oben, das... Ja, wer war denn was da oben? Klar ist da oben, ja. Stammt auch die eine Treppe, hab ich das hoch. Ja, was schmiert. Und dann wurde von vorne. Wow. Wow. Ich seh nix mehr. Kassier grad von überall. Ich weiß auch nie von wo. Alter. Taser. Ich bin getasert. Alter, wo kommen die denn alle? Ja, da steht ja auch ganz schön knackig. Ich mach schon. Ja, ich spring doch hier rüber. Achso, mach schon, ne? Jo, ich bin dabei. Vorsicht, kommt einer hoch. Das ist der Rad auch nicht mehr viel, oder? Ne, ich hab auch nicht mehr viel. Ist das richtig, dass ich volle HP hab? Ja, das ist richtig. Ja. Ich geh die ganze Zeit voll auf der Schnauze. Hier unten. Hier unten rennt schon wieder. Also, hört auf damit. Oh, die Treppe. Ich bin ganz viel in der Treppe jetzt gleich. Wow. Ich muss mal. Kacke. Was? Ich hab keine Muni mehr. Ja, kacke. Die Muni ist mal wenn er bei mir. Krieg ich jetzt gleich sofort. Kannst, kannst du die Treppe decken, Mark? Ja, ja, klar. Ich brauch auch nur ne hier. Nachladen. Sniper da oben, ne? Oben links. Nicht mehr. Gut. Ich muss unten ein bisschen runter schreien. Ja. Steh, wo du bist! Everybody stay down! Don't act up! Stay down! Achtung! Komm wieder hier rein. Hier oben. Ja. Watch the back! Stay down! Das Medikip brauche ich schon alle? Ja, Muns ist auch ne. Stay where you are! Die haben wollen eine andere Seite dran hier. Durchs Dach kommen wir eigentlich hier. Ja. Einen hab ich. Und die Fenster. Vorsicht, 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 ich muss nachher an. Oha! Ja, was? Stay where you are! Stay where you are! Aua! Krieg ich einen abgerade. Und wo schießen die denn rein? Von hinten, Mark! Von hinten! Warte mal, lass den mir noch hier oben drin liegen. Kann sein, dass du dir einfach das Fenster schmeißen kannst. Ich bin fertig. Ach so! Ach scheiße. Ich hab dich gleich. Oho! Hey, danke, Bruder! Ja, die müssen vor dir stehen. Das ist irgendwie so ein Schuss oder so. Wie sieht's aus mit dem Medkid? Kriegen wir noch eins hier? Oder ist das jetzt alle jetzt? Also ich hatte nur eins. Boah, ich hab mir jetzt schon kassiert. Down! Noch. 100 Sekunden. Buh! Ansonsten steckt ruhig mal jeden. Hier kommen wir doch von hinten. Unten an der Bar schon welche. Ja. Wie geil, der einfach runtergesprungen ist von oben. Ach. Äh, hier knallst du gleich? Was war das? Das ist ein Taser. Oh! 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 No new! Geg hin, du Affe da! Nein, ich werd getasert! Hinten beim, beim Bohrer. Hey. Da steht Future gott auf der, auf der Caper Wo kommen die wagen denn? Gtoi ich auch gerade. Na das, klapp erst 험 mit dem Tresor- Si presor auf habeny. Ja, das ist äh richtig. Ganz viel hier im Büro. Buber er kommt ins Probe. Und dann? Pirateam. Da oben, ja. Sehr gut. Nice. Da oben, ja. Sehr gut. Nice. Ja, ist schon. Der Triple ist frei. Okay, jetzt kommt wieder hin. Die Hölle? Ja. Wir sind alle hier so gut in den Schuss, ne? Jo. Du kannst übrigens auch Munition einsammeln von denen. Die verlieren immer so kleine Pakete. Okay. Einfach drüber laufen oder was? Ja, die liegen dann auf dem Boden. Die hab ich jetzt schon eingesackt. Oh, da sind die Typen mit Schildern. Hilfe! Sack das Geld ein, Jungs. Oh, von hinten ganz viel. Ohoho. Pass auf, warst du im Büro? Ich hab keine Munition, mein. Treppe hoch, kommt was? Für euch? Aua. Ich hab den verprügelt. Ich hab den verprügelt. Da sind noch welche. Na gut. Oh, das Geld ist offen hier. Wir können Säcke abholen. Einer kann ja noch kommen. Na gut. Steck dich. Sniper von oben. Aua. Thomas, hebst du ihn auf? Ja. Ach krass. Wo ist das Auto? Hast du kein Zeichen mehr? Ist noch nicht da. Das ist mit der Tasche im Eingang. Da fließt auch noch eine. Ist ne Leiche. Ne. Er ist ein Leichensack. Okay. Da ist der Türsteher, den hab ich erschossen und dahingeschmissen. Fenster, Fenster. Muss nachmachen gerade. Dein Ding. Ich lerne mit meiner Auge. Hauptsache da kommt was bei rum. Wir haben nicht ganz viel Kokain eingepackt. Ja. Ja. Wo bleibt die Karre? Wolltest du mich verarschen hört? Echt? Ja. Blei Fuß. Können wir schon mal nach draußen gehen? Wir wissen nicht wo der ankommt. Es gibt ja drei Positionen wo der ankommen kann. Ja ist natürlich echt cool wenn er hier oben rauskommt. Dann können wir echt alles direkt runterschmeißen. Ja hätten wir glaube ich freischalten müssen, dass hier vorne direkt einer parkt. Hätten wir das wirklich runterschmeißen können. Ah fuck. Oh Fenster rein. Sniper sehr gut. Einen hab ich da hinten. Einmal down. Ja sind down. Wie viele Säcke habt ihr da oben? Zwei? Vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir könnten die theoretisch alle runterschmeißen. Jaja genau. Deswegen wollte ich die dann hier oben lassen. Je nachdem wo wir hin müssen. Das möchte ich dann am besten schmeißen. Weil ich kann weit schmeißen. Ja genau. Obwohl du als Verstrecker bestimmt auch oder? Ja ich hab's zumindest. Das gilt ja. Klar man. Zum Vorderausgang müssen. Ja gut. Dann einfach alles hier. So AK hat keine Money mehr. Jetzt geht's nur mit der Pistole. Oh scheiße. Ich schmeiß runter wir gehen schon mal vor. So. Letzte. Ich bin down. Shit. Komm. Komm runter. Direkt um die Ecke. Ist tot. Achso. Bitte überleben. 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 Danke. Jetzt haben wir glaube ich die Ruhe gerade. Deswegen sollten wir jetzt Gas geben. Vorne raus. Woh. Woh. Mit G. Hier ist ein Sniper irgendwo. Hinter euch. Hinter euch. Hinter euch. Alter. Hier. Special Forces. Was ist los da? Da hab ich vor aus dem Hebel drehen. Oh ich muss nachladen. Fuck. Ich bin auch raus. Einen Schuss hatte ich noch drin. Hier. Direkt unter der Tür ist der. Alten Camper da. Alter. Was ist das für ein Ninja? Hier. Schieß nur um. Schieß nur um. Alter. Da hörst du nur irgendwie. Boff. Entdeck mich. Ich mach schon. Oder machst du auch einen? Ich mach auch einen. Okay. Nice. Passt. Tasche mitnehmen. Traum ich gar nicht. So. Das ist nochmal so ein Ninja. Fick dich. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Alter. Ich hab mich. Mann. Ich hab nicht. Du Scheißding. Ich bin am Zittern. Wieso zittern wir alle? Hilfe. Boah eine Flashbang. Der gibt doch einfach alles was er hatte. Ich seh nichts. Da. Future Cop. Der helle. Future Cop. Was ist mit dir? Gerüchtig du. Ich will dich anholzen. Die ganzen Kisten. Ach. Die ganzen Säcke hab ich schon rausgeholt. Hier oder was? Nee. Vielleicht grad nicht nur ein Ninja. Hier. Ich weiß noch mal so ein Ding hin. Ich hab Kokain. Haben wir alle? Ja wir haben alle. Gut. Alle zum Weiz. Was auch was auch. Die Bullen haben schon einen weggeschafft. Move to cash. Eins fehlt noch. Ganz rechts. Ganz rechts. Oh. Boah. Ja die Bullen dahin getragen. Ok. Schmeiß rüber Mark. Äh. Christoph. Oder willst du laufen? Ja dann liebst du dich ja selber auf. Oh weird ey. Da kommst du wieder. Oua. Weiß. Auf lauf lauf. Kann ich schneller. Das Geld ist am schwersten. Ja. Die Last des Geldes. Trage ich auf meinen Schultern. Und rein hier in den Bunker. Ja. Schick. Was ist dieses Offshore-Conto eigentlich? Da kann man sich glaube ich irgendwas freischalten. Ich hab's ja noch nicht rausgefunden. Ok. Was für Level warst du noch? Ich hab's halt in der ersten Woche halt hart gesichtet. Zu viel. Und danach nicht wieder. Diese Woche ist wieder angefangen mit Edo. Ok. Ja mal gucken wir hier schon raus. Ach viel Level hier durch den. Ich hab die auch welche. Ist die auch cool? Bronko Gulitschka. Ah. Und die Bronko hab ich auch. Von Pablo Bibovic. Kannst du besser die AK glaube ich auch. Äh. Pinten. Wenn ich jetzt schon wieder Farben krieg. Dann krieg ich's kurz. Millionen aus dem Hintern hier. Komm. Hopp. Was? Bekommen Material. Harter Stein. Was soll ich denn damit machen? Edo auf den Kopf hauen oder was? Das ist ein iPhone oder Samsung Case. Kannst du eine Maske mit einfärmen? Kannst du eine Maske mit einfärmen? Mit einfärmen. Eine komische Checkkarte. Kannst du dir keine Arschreize ziehen. Oh Gott. Ich spiele die Börder. Ich spiele das revelarer. Immer mehr. Die Börder. Wir gucken uns zu. Ich spiele das Wörter. Das war's.